Er hat sehr gute Karten, dass er sich zum ersten Mal den Titel holt, heuer. Am schnellsten aufgemacht. Die 160 muss am schnellsten aufgemacht, die Leute auch. So, eines noch einmal geben. Los geht's, liebe Gäste, unterstützt man, unser letzter Kandidat. Hopp, 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 hopp. Und schnell ist er, extrem schnell. Und du bist du gar nicht. Ah, jawohl. Alex, wir haben eine Nachricht für dich. Alex, du bist jetzt um zwei Zehnten schneller als beim Schein. Und eine Sekunde lang zu verweilen, weil du mitarbeiten. Das war's, jetzt so, mach's mal. Aber eine steht fest. Wir haben einen neuen Herkules von Tirol, oder? Alexander Mayer! Glückwunsch!